Herzlich Willkommen zurück zu GTA 4 The Lost and Damned und ja, wir fahren heute mit einer schicken Limousine zum Pier, genau, zum Hafen, zum kleinen Anlegesteg und da lassen wir dann ein Boot ins Wasser und ich versuche jetzt möglichst unauffällig mit dieser Limousine hier rumzufahren. Genau, ich weiß gar nicht, was ich da am Pier will, ich glaube, wir fahren mal zur, äh, Freiheitsstatue auf die Insel, ja, nee, Radio aus und, ähm, alles klar, wir warten, ach komm, scheiß drauf und, äh, was machen wir dann an der Freiheitsstatue? Ich wollte ja nochmal Gabelstapler fahren, ach, wird das schön, hey, 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 da, so, kurz mal anhalten, Menü, Cheat, was war denn das? Haben die uns hier irgendwie weit, oh, haben die uns hier irgendwie weit verschossen? Ne, haben sie nicht, so, wir müssen geradeaus fahren, schön vorsichtig. So, komm, gib Gas, alles klar. Letzte Runde für heute hier. Och, scheiße, die Gu, oh, scheiße. Mal weiter. Die Gu der Limousine, ey. Oh, 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 das wollte ich nicht. So. Na, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen über die Brücke. Na, na, sunshine reggae. Na, 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 oh, da vorne Bullen. Ne, doch nicht. Boah, Stau oder was? Kann ja nicht sein. Wie, was will die denn? Ach so, das war die, die ich angeschossen hab, ne? Oh. Upsi. Ich möchte doch nur zum Pia-Mensch. Alles wegen dieser scheiß Schlampe da vorne. Nur weil die sie nicht einkriegt. Da vorne fährt sie wieder, ha? So. Schöne Limousine. Wir haben da drinnen einen Fernseher. Netz-W-Fernseher. Schöne Limousine. Nein. Radio aus. Kann ich von innen gucken? Nee. Oh. So, fahren wir langsam schön. Hallöchen. Ich möchte ein bisschen angeln heute. Kein Unfall jetzt bauen mehr. Ja. Dankeschön, Schnecke. Oh, das weiß ich selber. Und, ähm. Ja, inzwischenzeit, wenn ich nicht aufnehme, werde ich mal ein bisschen... Was? Zeigt denn der mir an, dass ich auf dieser Straßenseite fahren soll, der Idiot? Äh, inzwischenzeit, wenn ich hier nicht aufnehme, werde ich ab und zu mal ein bisschen... Ich wollte eigentlich zum Pia. Ja. Durfte ich vielleicht vorfahren? Alter, ich hab ne dicke Limousine. Ich muss wenden. Ich bin kein guter Fahrer, wa? Na, das könnten wir eigentlich auch rausfliegen. Ich bin ein Helikopter im Tunnel und dann, das geht's. So, ey. Kumpels. Lass mich mal durch. Ich möchte zum Pia. Was seh' ich denn da? Helikopter! Helikopter! Oh, sorry. Na, so ein Helikopter, den kann ich mir nicht mit Cheats hier. Steig aus! Oh. Hm. Ich hab aber kein Geld für ne Tour. Steig aus! Ach, steig verdammte Scheiße. Steig aus. Mach dir das mehr Angst, du Wichser? Hm. Ja, ich hab' dich aufgehört, Alter. Aber aus, bitte. So, mal gucken, was der für ne Flugphysik hier hat. Na, auch nicht besser. Aber er dreht sich viel schneller. So, jetzt weiß ich aber nicht, wo die... Da ist er. Die Insel. So. Und ab geht's. Und ich hätt echt mal Bock auf den Multiplayer hier. So, ich weiß noch nicht, wo landen wir hier. Wir landen... ...da hinten. Wer weiß jetzt natürlich nicht, was ich mit da hinten meine. So. So. Komm noch ein bisschen vor hier. So. Komm noch ein bisschen vor hier. Und... ...landen. ...landen. Weiß. ... 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 Was machst du denn? Oh, Glitchy, Glitchy. Scheiße. Ich muss jetzt Beweise vernichten. Das Wasser ist ja lecker. Und... Hast du schon ein Boot? Ja. Was? Warum komme ich hier nicht rein? Haben die mich jetzt, weil ich hier ein Boot habe? Ja, warum komme ich denn nicht ins Boot rein? Boah, ist ja ätzend. Dann muss ich das leider kaputt machen. Und dann muss ich mir leider... Ein... Helikopter-Spawn. So. Heute ist die Luft raus bei mir für GTA hier. Ach, das ist ja geil. Das ist ja fresh. Moment, los. Gib Gas. Wo fliegen wir jetzt hin, hier zum Abschluss des Tages? Ich würde ja gerne mal auf dem Hochhaus hier landen. Auf dem Empire State Building soll er sein. So. So. Aber hier kann man nicht landen, wa? Na ja, ist landen ungünstig. Da kann man landen. Das sieht... Ist das hier das Caesars Palace oder ein National Bank? Ich weiß es nicht. Da ist ein Helikopterplatz. Da landen wir. So. Anderen Flug. Oh, wir kommen so schnell rein hier. Perfekt. Perfekt gelandet, Freunde. Oh. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie die Borderlands-Grafik. チö magchutz. Boah. Ähm. Ähm. Ähm, ähm. 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 wer ist denn das? das bin doch nicht ich, oder? nein, wie beende ich denn das? Multiplayer, ne, äh, Kamera, Videoeditor ne, wo kann ich denn hier? Kamera ah, schön ich möchte ein Foto von dir machen gut so was haben wir noch? Sofortspiel ne, Multiplayer haben wir wissen, Mitspielersuche das gucken wir uns in der nächsten Folge an bis dann, tschüss Kowski sie fr swept im b o die Bis zum nächsten Mal.